Brand in Seniorenresidenz. Am frühen Montagmorgen sind die Passauer Rettungskräfte zu einem Großeinsatz ausgerückt. In der Seniorenresidenz in Neustift ist im Zimmer eines Bewohners ein Brand ausgebrochen. Die Ursache ist derzeit noch unbekannt und wird durch die Kriminalpolizei Passau ermittelt. Die Pflegedienstkräfte konnten gemeinsam mit den Rettungskräften die 24 Bewohner der betroffenen Station unverletzt evakuieren. Sie wurden in benachbarten Gebäuden untergebracht. Während der Evakuierung erlitten sieben Mitarbeiter Rauchgasvergiftungen. Drei davon wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.